Liebe Patientinnen und Patienten, mein Name ist Richard Grevenner. Ich darf in den nächsten paar Minuten ein bisschen über Bewegung, körperliche Aktivität, Sport, wenn man so will, mit Ihnen sprechen. Bewegung ist etwas, das uns als Menschen innewohnt. Wir beginnen sozusagen, nachdem wir auf die Welt kommen, mit einfachsten Bewegungen, krabbeln später, irgendwann sitzen wir, dann stehen wir auf und dann gehen wir, beginnen wir zu laufen und eigentlich sollten wir unser ganzes Leben in Bewegung bleiben. Letztlich ist es aber so, dass wir heute in unserer modernen Welt sehr häufig aufhören, uns regelmäßig zu bewegen, womit unser gesamter Körper letzten Endes darunter leidet, dass wir unsere Muskulatur oder unseren Stütz- und Bewegungsapparat nicht nur falsch nutzen, indem wir im Büro sitzen müssen, Stress haben, ähnliche Dinge, sondern gar nicht nutzen. Wir nutzen unseren aktiven Bewegungsapparat nicht, letztlich verkümmert die Muskulatur, auch unser Herz-Kreislauf-System und unser Lungen-System verkümmert, weil es den Körper nicht durch regelmäßige Bewegung regelmäßig mit Blut versorgen muss, in einem Ausmaß, wie es normal wäre. Und dadurch entstehen viele Erkrankungen, sogenannte Zivilisationskrankheiten. Was wir alle tun können, ist uns vermehrt zu bewegen, uns wieder zu bewegen. Und gerade in diesem jungen Alter, wie Sie es haben, ist Bewegung ganz wichtig. Wichtig für die eigene Entwicklung, die man ja auch im Erwachsenenalter noch hat. Man baut den Beruf aus, die Ausbildung aus, manche studieren. Man hat eine Peergroup, man hat eine Partnerin, einen Partner, man hat Freunde, mit denen man was unternehmen will. Man hat aber auch ganz wesentliche Aktivitäten neben dem Beruf, die Freizeit, in der auch viele Sport betreiben wollen, wo teilhaben wollen, wo sie ganz einfach mitmachen möchten. Durch regelmäßige Bewegung verbessern Sie Ihre sogenannten motorischen Grundeigenschaften. Die da sind Ausdauer, Sie können weiterlaufen, weitergehen, mehr Stiegen, Stockwerke durchlaufen und Kraft. Sie können schwerer heben, größere Lasten bewegen, länger schwere Dinge halten. Aber auch die Beweglichkeit ist wichtig. Aus Dauerkraft trainieren Sie. Beweglichkeit, die sogenannte Flexibilität, üben Sie zum Beispiel. Was ganz wichtig ist, ist die Balance. Die Balance, die sich aus Koordination und sensomotorischen Fähigkeiten zusammensetzt. Das üben Sie auch. Üben bedeutet, im Gegensatz zu Training, durch häufige, immer komplexer werdende Abläufe, sogenannte Übungsabläufe, in dieser speziellen motorischen Grundeigenschaft besser zu werden. Training wiederum bedeutet, mit einer entsprechenden Belastung, die systematisch gesteigert wird, bei der Ausdauer sind Ausdauerbelastungen, bei der Kraft sind Kraftbelastungen, ausdauernder zu werden oder kräftiger zu werden, stärker zu werden. Beim Krafttraining bauen Sie zum Beispiel Muskelmasse auf. Diese Muskelmasse hilft Ihnen nicht nur, Lasten, schwerere Lasten heben zu können oder besser heben zu können, diese länger halten zu können, sondern die vermehrte Muskelmasse hilft Ihnen gegen viele Zivilisationskrankheiten wie Diabetes mellitus, wie Fettleibigkeit, wie man es so schön nennt, Adipose, das mit dem Fachausdruck, aber auch insgesamt gegen Abnutzungen des Skelettsystems, weil Übergewicht sehr früh zu sogenannten Degenerationen, zu Arthrose führt, besonders bei Leuten wieder zu neigen. Ausdauertraining wiederum verbessert Ihr Herzkreislauf und pulmonales System und auch die Sauerstoffversorgung in der Muskulatur. Auch das hat ganz wesentliche Benefize, also gute Eigenschaften letzten Endes und Effekte für Ihre Gesundheit. Was ganz wichtig ist, ist, wenn Sie an Ihre Krebserkrankung denken, dass sowohl das Ausdauertraining als auch das Krafttraining sehr viele Krebserkrankungen positiv beeinflussen kann. Das heißt, dass Sie nicht nur Ihre Lebensqualität verbessern und Ihre Teilhabe, Sie können im Beruf wieder beginnen, besser teilhaben oder auch sozial, Sie können ins Theater gehen, in die Oper, auf den Fußballplatz, ins Restaurant, Sie können selbstständig einkaufen gehen, sondern dass auch Ihr krebsspezifisches Überleben besser werden kann. Das ist für einzelne Krebsarten schon bewiesen. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Benefit, den Sie als individuell Betroffener und Betroffener daraus ziehen können. Was ich aber insgesamt weitergeben möchte, ist, dass es Bewegungsempfehlungen gibt, die nicht nur für Leute mit einer chronischen Erkrankung gelten, sondern für alle. Für kleine Kinder, größere Kinder, Schulkinder, Jugendliche, junge Erwachsene, so wie Sie, ältere Menschen und ganz alte Menschen in der Geriatrie. Diese Bewegungsempfehlungen gelten international und auch national, stellen dar, was man leisten soll, um mehr Effekte auf seine Gesundheit zu haben. Das ist auf jeden Fall mehr, als das Durchschnitt der Menschen heutzutage in Österreich an sich leisten. Diese Bewegungsempfehlungen können Sie sich vom Fonds Gesundes Österreich, wenn Sie sie nachlesen wollen, runterladen. Und dann können Sie für Ihre Altersgruppe, für zum Beispiel Menschen mit chronischen Erkrankungen, das nachlesen. Und Sie werden sehen, dass für alle Menschen, selbst für erkrankte und ältere Menschen, ähnliche Bewegungsempfehlungen zählen und gelten. Und dass in den meisten Fällen, wenn wir jetzt das Gros der Menschen anschauen, es darum geht, die Menschen aktiver zu machen. Dass man einen sitzenden, sogenannten sedentary Lifestyle, einen sitzenden Lebensstil vermeiden soll, lange Sitzen vermeiden soll. Und dass man, in Österreich schaut es leider so aus, von nicht aktiv in Richtung wenig aktiv, Ihnen rate ich, zu aktiv, switchen soll. Für Sie als Betroffene, muss ich sagen, wir haben sehr viel Erfahrung an unserer Klinik. Das ist die Universitätsklinik für Physikalische Medizin, Rehabilitation und Arbeitsmedizin. Über 20 Jahre in der Arbeit mit Patientinnen und Patienten mit onkologischen Erkrankungen und gerade mit Ihrer Altersgruppe. Sie werden sich mit Training, beziehungsweise mit Bewegung, regelmäßiger körperlicher Aktivität, Ihnen sicher nicht überlasten, wenn Sie kompetente Supervision, Hilfe aufsuchen. Sie können auch mich gerne persönlich, am besten via E-Mail kontaktieren, wenn ich Ihnen individuell weiterhelfen soll. Ich kann Ihnen aber schon jetzt sagen, es wird Ihnen ein Trainingsrezept, das auf Ihre individuelle Leistungsfähigkeit, wie viel können Sie leisten, zum Beispiel in Richtung Ausdauer oder Kraft erstellt. Das ist aber auch Ihre klinische Belastbarkeit und das ist der große Unterschied zum Training in Fitnessstudios oder wie Sie es im Turnunterricht seinerzeit gelernt haben oder in einer Sportmannschaft, ähnlichen Dingen. Ihre individuelle klinische Belastbarkeit, die auch von etwaigen Begleiterkrankungen oder einer etwaigen Medikation abhängt, die ist ganz wichtig, auch in dieses Trainingsrezept einzubeziehen. Und wie Sie wissen, in Österreich dürfen Rezepte nur von Ärztinnen und Ärzten ausgestellt werden. Also ich würde in jedem Fall ärztlich, in diesem Fall fachärztliche Hilfe in Anspruch nehmen für eine Einstellung und dann eigenständig trainieren und sich supervidieren lassen. Training muss man auch entsprechend adaptieren. Sie müssen ganzjährig trainieren und letzten Endes überlebenslang. Sie haben es jetzt geschafft oder schaffen es gerade eine schwerwiegende Erkrankheit zu bewältigen, zu besiegen. Sie werden mit dem Training zusätzlich positive Effekte auf diese Bewältigung haben, aber für ganz, ganz viele andere Dinge. Vielleicht wissen Sie, dass man bis 30, maximal 35 Knochenmasse aufbaut und Muskelmasse. Eigentlich beginnt sie mit 30 dann schon abzunehmen. Das heißt, im Idealfall baut man schon in der Kindheit, Jugend, entsprechende Substanz auf, von der man später nicht nur zehren soll. Ich habe Ihnen gesagt, Muskulatur muss man nutzen, sondern die man laufend und so lange wie möglich sicher hält, um eben die etwaige Einbrüche durch eine schwerwiegende Erkrankung, durch einen Unfall oder auch entsprechende Zivilisationserkrankungen besser abfedern zu können. Man baut Substanz auf. Die Beschwerdeschwelle wird später erreicht. Ganz wichtig ist zu wissen, wenn man nicht die Gelegenheit gehabt hat, aufgrund einer Erkrankung eben, oder weil man zu wenig getan hat in diesen Jahren, ist das nicht vorbei. Es gibt kein zu spät mit dem Training zu beginnen. Sie können auch dann noch entsprechend Substanz aufbauen. Wie gesagt, wenn man eine schwerwiegende Erkrankung hat oder gehabt hat, ist es sinnvoll, wenn man ärztlich supervidiert beginnt und können dann ein höheres Niveau erreichen und eben später im Rahmen des Alters entsprechenden Abbaus von Knochensubstanz und Muskulatur die Beschwerdeschwelle unterschreiten, wo dann im Alter Beschwerden auftreten. Denken Sie jetzt schon an die Zukunft. Ein großes Problem der Geriatrie ist die sogenannte Sarkopenie. Das ist der Verlust an der Masse des Skelettmuskels. Es ist ein Skelettmuskelmasseverlust. Also da muss man vorher entsprechend aufgebaut haben, durch eine sinnvolle Ernährung in Kombination mit Training, in dem Fall mit Krafttraining, damit man dann ausreichend Substanz hat, Fleisch hat im wahrsten Sinne des Wortes, dass man sicherer, weniger Stürze, weniger Alterskrankheiten und länger selbstbestimmt im Alter leben kann. Also da können Sie heute schon investieren. Sie können auch als Betroffene oder betroffener onkologischer Patient sicher trainieren und damit schon für die Zukunft vorsorgen. Das sind aus meiner Sicht ganz wichtige Informationen. Vor 25, 30 Jahren, vor 25 Jahren noch, stand in den onkologischen Lehrbüchern, man darf onkologische Patientinnen und Patienten nicht zusätzlich belasten. Da waren Lasten über 5 Kilo zu tragen etc. verboten, kontraindiziert, wie man in der Medizin sagt. Heute weiß man, das ist genau das Gegenteil. Onkologische Patientinnen und Patienten, so auch Sie, profitieren hochgradig. Es gibt nur ganz wenige, die das nicht dürfen. Deswegen klage ich auch vor, unter ärztlicher Supervision beginnen. Aber 99,9% profitieren hochgradig für ihre onkologische Erkrankung oder gegen ihre onkologische Erkrankung und auch sonst mit dem Rundherum. Und das muss doch schon genug sein, dass man sich sozusagen sowas nimmt, den inneren Schweinehund, manchmal ist es der, den man überwinden muss, dass man zum Beispiel, so wie ich gerade jetzt, fünf Stockwerke rauf geht, anstatt dass man den Lift nimmt oder ähnliche Dinge und dass man dann überlegt, welche Sportart hat mir früher gefallen oder welche Sportart könnte mir gefallen, wenn ich vorher gar keine Sportart gemacht habe oder welche Bewegungsform. In der Ausdauer gibt es Leute, die laufen lieber, die Nächsten fahren lieber mit dem Rad oder trainieren am Ergometer. Das muss man herausfinden. Man muss auch herausfinden, mit wem man das gerne machen möchte. Es gibt Leute, die möchten das gerne allein machen. Viele möchten das gerne mit einer Partnerin, mit dem Partner, mit Freunden machen. Die sollten dann ungefähr gleich leistungsfähig sein oder wenn es ein Radtraining sein soll, sollte man dann halt am Ergometer trainieren und nicht gemeinsam fahren, weil sonst fährt man nicht lang zusammen. Also das sind ganz wichtige Dinge, mit denen man da überlegen soll. Das sind einfache Dinge, aber wenn man nicht daran denkt, könnte so eine Sportpartnerschaft schnell vorbei sein. Wenn der schon zwei Kilometer weiter ist als ich, dann kann ich nicht mehr viel mit dem reden oder mit ihr. Also ganz, ganz wichtig. Sie müssen ja nachhaltig dranbleiben. Sie können zum Beispiel Sportausübung, ähnliche Dinge, körperliche Aktivität, alles was damit zusammensetzen, hängt im Rahmen einer onkologischen Rehabilitation, einer stationären Erlernen. Dort wird Ihnen das vermittelt. Und das müssten Sie dann, so eine Rehabilitation dauert üblicherweise drei Wochen, nachhaltig umsetzen. Das ist die Schwierigkeit. Das Erlernen in den drei Wochen nicht. Da haben Sie den Tagesablauf für sich eingetaktet und geplant. Alles ist frei, aber wenn Sie von der Reha heimkommen, müssen Sie das tägliche Training oder alles, was damit zusammenhängt, in Ihren Tagesablauf integrieren, damit Sie nachhaltig, ganzjährig trainieren. Nur ganzjähriges Training bringt Ihnen diese positiven Effekte, diese sogenannten Benefits, die ich zunächst skizziert habe. Ich zähle Ihnen die noch einmal auf. Verbesserung Ihres Überlebens durch eine bessere Lebensqualität. Sie haben einen besseren Nachtschlaf. Sie haben am Tag weniger dieses sogenannten Fatigue-Syndroms, dieser Erschöpfung. Heute hört man es auch oft von den Covid-Patienten, mit Lone-Covid-Unterleben. Aber gerade für onkologische Patientinnen und Patienten ist das typisch. Eine bessere Libido, eine bessere Lustfähigkeit, das ist gerade im jungen Alter wichtig, wegen Partnerschaftlichkeitsdingen und Ähnlichem. Sie können besser mit anderen Symptomen umgehen. Sie haben eine bessere mentale Situation. Sie haben weniger Angst, weniger schlechten Stress, sogenannten D-Stress, weniger Traurigkeit. Man spricht auch von Dystämie oder in schweren Fällen von Depression. Das ist bewiesen. Hier ist Bewegung ein mögliches Medikament. In internationalen Zeitschriften, ich habe Ihnen früher gesagt, vor einem Vierteljahrhundert war Bewegung oder regelmäßiges Training für Krebspatienten verboten, aus Angst zu Überlastungen. Heute ist in den internationalen Top-Journalen, in den onkologischen, Bewegung als Medikament skizziert. Und das ist ganz wichtig, dass Sie auch Ihren Peers, Sie tauschen sich ja oft mit entsprechend erkrankten, wahrscheinlich in Wartezonen, ähnlichen Bereichen aus. Oft entwickeln sich auch Freundschaften aus Wartezimmern, aus stationären Aufenthalten. Geben Sie das weiter. Sie sind der beste Multiplikator, die beste Multiplikatorin für das. Geben Sie es vor allem weiter, wenn es Ihnen schon genützt hat. Dann machen Sie ganz viel. Geben Sie es Ihren Kindern weiter. Geben Sie Ihrer Partnerin, Ihren Partner weiter. Sie sind der beste Multiplikator. Und Bewegung ist nicht nur für Sie gut, sondern auch für Ihr Umfeld und Ihre Umwelt gut. Wichtig ist, dass Sie bei der Bewegung für den Muskelaufbau auch für die adäquate, vernünftige, wie man so schon sagt, Ernährung sorgen. Sie müssen, wenn Sie Muskel aufbauen wollen, durch Krafttraining auch entsprechend Proteine zuführen. Und das in relativem kurzen Abstand zur Trainingseinheit. Im Idealfall danach. Hierfür gibt es die Ernährungswissenschaft, hierfür gibt es die Diätologie. Da können Sie nachfragen. Sie können aber auch jeden und jede in der Trainingsmedizin, in der medizinischen Trainingstherapie, nach der medizinischen Trainingslehre tätigen Arzt und erfahrenen Arzt, Ärztin fragen, weil das natürlich zusammenhängt. Und das gehört sozusagen ins Portfolio dieser Ärzte. Auch meiner. Sie können mich auch direkt anschreiben, wenn Sie hierzu Fragen haben. Kontraindikationen würde ich gerne im Individualfall entscheiden. Aber es gibt klassische Kontraindikationen für Training, wenn Sie eine schwere Herzerkrankung haben, wenn Sie akute Infekte haben mit Fieber oder wenn es Ihnen schlecht geht, anders geht als sonst geht, dürfen Sie ganz einfach nicht trainieren. Und lassen Sie einmal eine, zwei, drei Trainingseinheiten ab, aus. Dann geht es zwar mit der Leistung kurzfristig per Tag ab, das muss ich Ihnen gleich offen dazu sagen, aber Sie gefährden sich selber nicht durch das Training. Das ist ganz wichtig. Und dann können Sie ja wieder entsprechend aufbauen. Also hier kein falscher Ehrgeiz. Es gibt ein paar weitere Kontraindikationen, aber die sind halt speziell, die sind im Idealfall mit Ihrer Ärztin, mit Ihrem Arzt abzusprechen. Ich kann Ihnen sagen, wir machen das seit fast 25 Jahren und wir hatten noch nie eine Komplikation durch Training mit onkologischen Patientinnen oder Patienten. Und wir waren die Ersten weltweit, die sogar Patientinnen und Patienten mit Hirnmetastasen und mit primären Hirntumoren trainiert haben unter der Behandlung oder mit Knochenmetastasen. Also wir haben eigentlich die schwierigsten Patientinnen und Patienten trainiert, was ich Ihnen zusätzlich anbieten kann, wenn Sie sich sehr unsicher fühlen. Wir haben an der Medizinischen Universität im AKH Wien auch das einzige, jetzt ist nicht mehr das einzige, aber seit zehn Jahren existierende Tumorport für onkologische Rehabilitation, wo wir individuell Ihren individuellen Fall diskutieren können unter verschiedenen ärztlichen Disziplinen, aber auch mit unterschiedlichen anderen medizinischen Professionen zu den Ärztinnen und Ärzten der Onkologie, Hämato-Onkologie, der Strahlentherapie, der Radiologie, der physikalischen Medizin und Rehabilitation, der Schmerzmedizin, etc. etc. kommen hinzu Physiotherapeuten, Sportwissenschaftler, Psychologen, Dietologen, also die diskutieren spezielle Fälle und wenn Sie sich unsicher fühlen, können Sie sich bei uns vorstellen und wir diskutieren auch Ihren Fall, um Ihnen danach das gemeinsam getroffene Urteil, wenn man so will, unsere Entscheidung, wie Sie am besten trainieren, mitzuteilen und Sie auch entsprechend zu supervisieren. Untertitelung des ZDF,